Ich kann dich riechen! Er kann mich riechen? Heißt das, er mag mich? So, Moment. Warum sehe ich das Ziel jetzt nicht? Achso, ja stimmt, ich muss in die Geisterwelt. So. Ich weiß, dass du ganz nah bist! Haben wir den da hinten? Ja, das muss der da hinten sein. Amok. So, erweiterte Klasse, Gauner. Der hat eine Rauchbombe, die er wirft, Stammesbonus, Kriegstreiber, Zusammenprall und er ist ein Frontkrieger. Sehr gut. Mann, der ist so schlau. Stuh. Kau, komm schon! Wie kann der Tod und Tod seine 7,8 Meter Achse für sich überleben? Ist doch nie gefallt. Oh, wir treiben weg das Haus. Kalt. Oh. 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 Oh, oh! Hm, nicht getroffen. Ist nicht so schlimm. Ich werde die jetzt so umhauen, weil ich das Meridian möchte, was da rumliegt. Cool, jetzt haben wir hier auch gleich Unterstützung direkt. Ein paar Menschen. Laufen die uns eigentlich hinterher? Ne, die waren nur zufällig hier. Hätte auch sein können, dass die uns direkt helfen. Ah, ich hab leichten Frosch im Hals. So, da unten sind doch Pfeile, die holen wir uns direkt. Schwupp. Aha, und da ist auch gleich der Hauptmann und so. Mal erst mal, müssen wir den hier leise erledigen. Wunderbar, jetzt haben wir Pfeile wieder. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wo unser Ziel ist. Der hat sich irgendwie... Der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Ah, da vorne. Oogbog. Oogbog. Dunkelstamm-Bogenschütze. Giftfest. Erzürnt durch Hinrichtung. Okay, er rastet aus, wenn man andere hinrichtigt. Hin... hinrichtigt. Wenn man andere richtig hinrichtet. Ähm, Moment. Kann man da was ab... schießen? Ist da oben irgendwas? Nein. So, wie mache ich das am besten? Ich versuche mal auf das Holz zu kommen. Und dann kann ich eine Schleichtötung versuchen. Ups. Ah, von hier geht das auch schon. Jetzt ist er nämlich schon fast weg. Okay. Das war's schon. Da ist er hier. Jetzt rennen die anderen auch weg. Weil der geliebte Hauptmann tot ist. Ich bin vor kurzem dem Turm begegnet. Er wollte, dass ich ihm den Rücken kratze. Der arme Narr kam mit seiner verfluchten Rüstung selbst nicht ran. So, sehr schön. Ähm... Hier sind wir da. Dort sind wir dort. Ich meine, dass wir ähm... Charakter... Wie viel haben wir bekommen? Okay, es dauert noch ein bisschen. Aber wir müssen noch Hauptmänner klatschen und so weiter. Aber das geht relativ schnell. Ähm... Haben wir... Was haben wir hier bekommen? Stufe 3... Ne, das brauchen wir nicht mitnehmen. Die könnten wir zerstören und kriegen dann Meridian. Ein Schwert, das eine Inspiration in den Klingen der Reiter von Rohan fand. Okay. Ich werde das mal behalten. Also wir haben ein Epic Schwert. Das ist... Äh... Das behalten wir. Genau. Ich wähle mal das nächste Ziel aus. Das nächste Ziel sind die... Äh... Ist der Hauptmann hier. Genau. Schauen wir mal, was der Hauptmann so drauf hat. Ich glaube, das ist der Dicke. Ich meine, das ist der Dicke. Den wir vorhin schon gesehen haben. Der saß da in einer Ecke mit den... ...komischen Hand... ...äh... Hm? Huch... Ich glaube, wir wurden entdeckt. Hm? Hm? Ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Nee, die kommen hier nicht hoch. Also hier sehen die uns nicht. So, jetzt schauen wir mal, wo der Hauptmann sich rumtreibt. Okay, den sehe ich hier gar nicht. Der ist da hinten. Okay, wir müssen noch ein Stück in die Richtung. Okay, wir müssen noch mal da in diese Masse rein. Da hinten. Da ist er. Wenn der Hexenkönig diesen sehenden Stad... Das hört sich lichtgut an. Versuch's weiter, wir schregen ihn. Da oben ist er. Ich glaube, dass er das ist. Also ich vermute einfach mal, dass er das ist. Ich habe hier nämlich keinen anderen Hauptmann gesehen. Da müssten alle hier in diesem Gebiet eigentlich schon weg sein. Und ohne Führung, ohne Hauptmann... Könnte sein, dass wir das hier dann auch bald erobert haben, das Gebiet. Ich ende einfach mal hin. Greife ihn direkt an. Du willst mich? Du kriegst mehr, als du gewollt hast. Der ist auch erst Stufe 4. Der ist auch erst für dich! Oh! Oh! Halt! Sehr schön. Den haben wir besiegt. Cool. Wir haben was für den Bogen bekommen. Das ist gut. Da hinten können wir noch was aufsammeln. Das sieht aus, als wäre das Meridian, oder? Ein Juwel. Juwel des Wohlstands. Das ist gut. Geld immer zu uns, so ungefähr. Was haben wir hier? Inventar. Der Bogen. Stufe 3. Ah ja, mehr Fernkampfangriffskraft sozusagen. Das ist schon mal gut. Gut, äh, wir müssen mal hier einen einen Ork suchen, den wir aufzehren können. Hier muss doch einer rumlaufen. Schleicht da jemand umher? Ach, da ist einer. Ach, da ist einer. Sehr gut. Ja, so langsam, ähm, läuft das hier. Jetzt haben wir die soweit besiegt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal die Blutrache. Und zwar mit Krug der Aufspießer. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig Blutrache ist, aber erst machen wir den. Und dann holen wir uns hinten das Geheimnis und dann machen wir mit der Story weiter. Hier können wir auch einfach durchlaufen, das ist nicht so schlimm. So langsam kriegen die auch ein bisschen Angst vor uns, das ist gut. So, der wird verhört. Und zwar möchte ich wissen, wer der hier ist. Der ist verlinkt mit dem. Ronk der Freundliche. Ronk der Freundliche. Maradeur stammen schlechter. Sehr schön. Ich glaube, wir lassen hoch. Wir lassen einfach mal hier und da ein paar Köpfe platzen. So, da unten ist die Erinnerung. Ist die schon hier? Da ist das Auge. Ist der oben, oder was? Sehen tue ich ihn noch nicht. So, der muss hier in der Nähe sein. Was ist das? Oh! 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 Du bist verdammt! Da ist er. Stufe 7. Der Aufspießer. Der ist feuerfest. Er zirnt durch Flüche und ein Meuchler. Aber der ist Stufe 7. Den kriegen wir schnell kaputt. Und der ist unten. Also ein bisschen hier runter. Ach, eine Stufe höher ist er doch. Also er ist nicht ganz unten. Oh, da ist noch ein Zwölfer auch. Ah, hier ist richtig. Sehr schön. Moin. Die Kreischer sind hinter dir her. Aber sie sind noch nicht hier. Also muss ich dich wohl zerstückeln. Oho, okay. Auch nicht schlecht. Ich muss mir hier einsam. Schade. Mann, der war fast durch. So, jetzt ist ein Erdrand hier. Nein! Fernkampfangriff. Hast du nicht erwartet, dass ich dich verwirrt bin? Wer ist er denn, Alter? Komm schon. Verreck! Den konntest du wohl nicht. So, geht doch. Ah, ich hab eben versucht einen aufzuzehren. Im Kampf. Leider wurde ich unterbrochen. So. So, kann man im Kampf eigentlich sich heilen. Sehr schön. So, dann haben wir den besiegt mit zwei letzten Chancen. Und hast du nicht gesehen, das war ein bisschen fies. Von seiner Seite. Ich hab fair gekämpft. Ich hab dich im Wien hier. Nicht bewegen!